So, Willkommen bei Inca mit Daniel Teil 4.44, 5.55, Teil 46. Ich werde heute aus diesem Volk hier den Honofraum und leeren und einen Punschschbaum machen. Wir haben heute den 24.07.2019 um kurz vor 11. Einfach dranbleiben und ich gucke mal, was wir machen können. So. So, jetzt. Ähm. So. 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 Ja. Richtig. Ich muss ja noch die Waben rausholen. Das mache ich nachher. Wir brauchen natürlich Abkehrbesen und Smoker. Und was wichtig ist, eine Flasche. Damit man die Bienen in dem Eimer dann nass spritzen kann. Damit sie da nicht wegfliegen. So. Ähm. Ich mache jetzt doch noch die Waben raus und bin dann gleich wieder da. Weil das Problem ist, die Kiste muss immer ohne Waben sein für den Anfang. Damit die Weißelunruhe eintreten kann. Und solange das nicht der Fall ist. Ähm. Ja. Äh. Das wäre halt scheiße. Wie auch immer. Das kann ich aber nachher noch im Detail erklären. Übrigens das erste Mal, dass ich das hier mache. Deswegen nicht wundern. Ja. Ja Biene. Komm. So. Also wichtig ist es, dass es jetzt um die Jahreszeit, Mitte, Ende Juli, Ende Juli viel mehr. Dass es da für den Kunstschwarm mindestens zweieinhalb Kilo sind. Ich hoffe mal, dass ich das auch genauso hinkriegen werde. So. Machen wir das mal an durch der Hanna. Ich will die Bienen nicht erschrecken. So. Smoker an. Einmal Feuerzeug. Und äh. Das Nassspritzen geht dann im Endeffekt nur wechseln. Na. Damit sie da nicht aus dem Ding wieder rausfliegen. So. So. Es wird jetzt folgende Prozedur stattfinden. Ich werde jetzt die Bienen in diesen Eimer kehren. Ich werde jetzt die Bienen in diesen Eimer kehren. Da drüben in die Beute einschlagen. Dann werde ich diesen noch weisellosen Schwarm zwei Stunden hier in die Ecke stellen, wo es schattig ist. So. Damit die Weisellunruhe beginnen kann. Nach zwei Stunden ist das meistens der Fall. So. So. Okay. Machen wir mal auf. Und let's go. Und im Anschluss daran gebe ich nach zwei Stunden die Königin in ihrem Verschlusskäfig dazu. Lass den aber noch zu. Und stell dann das Volk inklusive einer zweiten Zarge in den Keller. Mach natürlich alles zu. Mach Klebeband um den Eingang drum herum. Dass niemand da auf die Idee kommt da irgendwie dahin zu gehen. So. Also. Wassersprüher, Deckel. Den werde ich natürlich gleich nachher auch noch brauchen. So. So. Jetzt machen wir da mal den Honighaum auf. Weil da wird dieses Volk übervoll. Das ist wenn es nachts sich... Ist da einfach schon so viel Bienenmasse da, dass im Endeffekt das ganze Flugloch verstopft ist. Und genau aus dem Grunde gibt es jetzt einen Bienen... Eine Bienenabnahme. So. Oder Bienenwegnahme. Wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Die haben die ganzen Mittelwände auch schon ausgebaut. So. So. Einmal Zwetschge. Ja. Da ist nicht mehr viel los, sehe ich gerade. Ich hasse es. Ich hasse es. Echt voll mit... Was auch immer. So. So. Machen wir da mal auf. Das Absperrgitter werde ich dann nachher natürlich auch entfernen. Das ist klar. So. Da haben wir ein bisschen Futter angenommen. Der Eintrag. So. Machen wir die Bienen mal nass. Und stoßen sie ab. In den Eimer. So. Jetzt machen wir da einen Deckel drauf. Damit die da nicht raus können. So. Gleich nass spritzen. Dann fliegen sie nicht weg. So. Hoppla. So. So. Na komm. So. 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 Jetzt machen wir den da weg. So. 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 Jetzt machen wir den da weg. Sonnenvorgang. Ihr müsst aufpassen. So. Einmal Rauch. So. Und noch rein. Machen wir den da weg. Und dann beim nächsten Mal. So. Andere jetzt machen wir den da weg. Oh u nimmlich, der da geht jetzt mal die Neue an. Und wir da sind in die Neue. auch hier wieder das mache ich zum ersten mal ich hoffe mal dass es funktioniert ich mache gerade die lassen sich problemlos abschütteln das funktioniert machen wir da natürlich wieder alles zu und natürlich auch hier na komm ok 600 gramm haben bisher modern damit er kommen die lasst man drin das passt so ja 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 guterzug aber einmal wabe im anschluss daran kann ich dann auch das absperrgitter entfernen weil das wird jetzt unnötig die brauchen es nicht mehr da kommt nicht mehr viel rein hierzu folgt eins ist in dem fall erfolgt zwei ist in dem fall gekunst schwarnt einmal stein drauf hier sprühen jetzt kommt der nächste deckel drauf na komm geht er rein jetzt haben jetzt haben wir 1,2 kilo grob ja nicht einmal naja das ist zu wenig jetzt machen wir mal den dinger hier raus so ich schiebe euch mal dahinten weil jetzt geht es hier weiter ich muss natürlich jetzt wahrscheinlich alle drei honig räume lehren so wie es aussieht deswegen mache ich jetzt bei dem hier weiter weil der ist auch jetzt gerade nicht schwach so ok so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Natürlich ohne Wachs, das ist klar, das muss weg. Der ist zu und der wird an den schattigen Standort für die nächsten zwei Stunden gestellt. Dann höre ich am Brausen, also heulen, ob die eine Königin mit abgefegt gekriegt haben oder nicht. Wenn das nicht der Fall sein sollte, also dass praktisch die Königin nicht dabei ist, werde ich in zwei Stunden nochmal herkommen und die Königin die neue zusetzen. So, jetzt gehe ich natürlich erstmal hin und hole den Eimer. So, es wird sich jetzt nach einer Weile, dieses Volk wird anfangen zu heulen. Das hört man dann laut aufbrausen, das heißt wir sind weißenlos. Achtung, so. Okay. Ich gehe hin. Schütte das Volk da rein. So. Jetzt muss ich aufpassen, nicht dass wir mal alle ins Gesicht springen. So. So. Jetzt kommt da der Deckel wieder drauf. Das ist ein bisschen ein sehr großer Stress. Aber das ist egal. Den muss ich machen. So, jetzt ist da zu. Und jetzt wird der abgestellt. So. Die nächsten zwei Stunden in eine schattige Ecke. Wo auch immer die dann sein soll. Die muss ich mir jetzt erst noch suchen. Ich habe sie auch schon gefunden. Da muss ich mir jetzt einen Spanngurt holen und die abtransportieren. So. Ich bin gleich wieder da. So. Jetzt kommt die Ohrbereitung. Und zwar habe ich ja jetzt meine Kündigin. Und ich muss natürlich nachher auch noch füttern. So. Die wird jetzt einfach an dieses Rähnchen hin gebunden. Dafür hat sie hier oben die Öse. So. 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 das habe ich nicht gebaut sollte ich nicht tun schlecht gelaufen so ein drehchen das tut es auch wenn ich noch einen finde ok ahja da haben wir ja ein gutes Widerstuhl wenn es nicht so alt jetzt müssen wir es halt einheben so geht es auch da ja 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 Jetzt hängt die Königin da drin. Dann brauche ich alles zum ersten Mal, deswegen bin ich natürlich absolut nicht sicher, was ich da tue. Ich muss es aber so machen, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt. Dann bis gleich. Jetzt nicht wundern, das muss jetzt alles ein wenig provisorisch, weil ich nur die Ecke hier brauche, die schattig wischt. Ich muss das so machen. So. Ich gehe mal von unten hier rauf rein. So, jetzt macht man, die sind schon sehr unruhig. Jetzt stoßen sie einmal auf, machen das Bank hier weg. So. 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 So, die müssen wir jetzt jüngig empfinden. Es gibt jetzt drei Rähnchen, die ich gehe jetzt reinsetzen glaube ich. Ja, sie haben sie schon entdeckt. Zwei weitere Rähnchen rein. So. Hier sind die Fliege jetzt, glaube ich. Ich weiß ja nicht warum der so extrem ist. So jetzt steht der Kunstzwarm seit einem Tag hier in diesem Raum im Keller. Ich habe oben drei Kilo Futter drin und unten sind die Bienen auf drei Rähmchen so wie ich ja bereits beschrieben habe. So, Imkern mit Daniel, Teil 47 oder was auch immer. Ich schreibe seinen Titel, ich habe einfach zu viele Videos da, die ich jetzt noch machen müsste. Ja Kunstschwarm. Ich habe das wie gesagt gestern Morgen, ne gestern doch, ja gestern Morgen, äh gestern Abend habe ich ihn abgedeckt. Und habe ihn dann praktisch mit Tuch hier rausgestellt gehabt, gestern früh um 4 Uhr. Und wie man sieht ist hier die Hölle los. Ich versuche mal ob ich da irgendwie dran rankomme. Ohne da jetzt gleich ein paar Stiche zu kassieren. Ich werde eigentlich nachher noch Waben reinsetzen. Das mache ich aber erst wenn es wirklich, wenn es wirklich viel, ähm wenn es wenig Flugverkehr hat. Aber jetzt ist es so, oh da krabbelt mir eine Wäschebeer auf den Füßen. Ähm ich habe einfach die Methode genommen, nachdem ich das Tuch weg gemacht gehabt habe, reißig rein zu stecken. Gestern Abend, ganz spät, wo kein Flugverkehr mehr war. Und das so dicht zu machen, dass ihr praktisch, ähm, naja wie soll ich sagen, einfach sich einen neuen Ausgang suchen müssen. Und sich da durchquetschen müssen. Und damit dadurch ein Neueinfliegen stattfindet. So gehen wir mal ran. So sieht das aus. Jetzt werde ich heute Abend noch die Waben rein machen. Es sieht auch nicht nach Räuberei aus, aber die müssen sich da jetzt durchquetschen. Und es ist natürlich klar, dass die jetzt, ähm, einfach ein bisschen irritiert sind. Die wissen da geht es rein. Also haben sie den angenommen. Die Königin ist angenommen. Das passt. So. Okay, jetzt muss ich mir aber außer Reichweite begeben. Nicht, dass die mich stechen. So. Da sieht man wie ich den Reise rein gestopft habe. Also so viel zum Teil. 47 mit der Kunst, mit der Kunstschwarmannahme. Das hat also funktioniert. So. So. Heute schaue ich mir den Schraub an. Den Kunstschrauben. Wie weit der jetzt schon angenommen wurde. Beziehungsweise wie weit der sich jetzt schon zusammengesetzt hat. So. Wir nehmen mal die Waben raus. Und unten aus. Und dann muss ich dem die Waben geben. So. So. Die Waben, die er bis jetzt noch nicht hat. So. So. Dafür ist es wichtig, dass ich mich da jetzt ein wenig beeile. Weil der soll ja die Waben schnell kriegen. So. 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 Machen wir mal den Futter einmal weg. Die Waben weg. So. So. Machen wir mal den Futter einmal weg. So. So. Das sieht natürlich scheiße aus. So. So. Die haben auch schon zu bauen begonnen, wie ich jetzt hier gerade stecken darf. Ich muss natürlich die Ränchen jetzt ausholen, das ist klar. Was ein bisschen geschießt sein wird. So. Machen wir mal da eine mit. So. Gehen wir mal da hin. So. Dann bauen wir dieses Volk langsam aber sicher auf. So. Dann bauen wir dieses Volk langsam aber sicher auf. so. Dann geben wir den Futter auf. Nämlich wahren. So. Und dann fressen nebenher noch die Könige frei. Oder lassen sie frei fressen. So. 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 Das muss uns wirklich gut aufpassen. Die Königin sitzt da unten drin. Ja, wir haben natürlich den Käfig zugebaut, das ist klar. Deswegen geben wir jetzt die Königin frei. So, wir haben die Aufreiheit. Da kriegt es innerhalb einiger Tissli. Ah, eine Stunde könnte das verliegen sein. So. 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 Gleich zehn Stück, damit sie auch wirklich gut ausgestattet sind. So, das dürfte jetzt reichen. So, jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Rähmchen. So. 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 Die Königin dürfte innerhalb der nächsten drei, vier Stunden frei gefressen werden. So. So. Wir nehmen den Butterheimer. Stellen ihn wieder da, wo er eigentlich hingehört. Seid. So. 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 Da gibt es ein Eischbucker drin. Ja, dann ist das gut. So, und dann finde ich das die Bienen. So, ich habe mich nicht erwischt. So, das Rähnchen kommt da rein. Das ist wirklich nicht so weit. Diese Kun-Spreit-Rähnchen sind wirklich nicht so weit. Das ist auch immer altes Zeug. Das wird dann bei nächster Gelegenheit ein neues Material mit rot. So, jetzt machen wir den Deckel wieder zu. Das ist dann okay. Jetzt müssen die natürlich mit Königinluft ja schon mal riechen. Damit die da auch rein färfen. So. Okay. Das sieht gut aus. So. Das hat noch ein bisschen Futter. Da werde ich dann natürlich noch welches dazu geben. Das ist klar. Aber soweit ist der Kunschschwarm fertig. Und dann gucken wir mal. Da unten geht es voll ab. Das ist klar. Die wollen jetzt alle wieder rein. Hier machen wir mal Flugloch zu. So. Dass es dann eigentlich mal ein bisschen weiter geschlossen ist. Dann machen wir nachher auch noch die Fluglochkeile bei den anderen rein. Und der Kunschschaum wäre damit erledigt. Somit ist das jetzt hier mein fünftes Volk. Alles gut. So. Jetzt lassen wir die noch ein Weilchen da rum schwirren. Und ich hole mal kurz die Fluglochkeile. So. all verancen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.